Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen SimCity Video. Es kam sehr gut an, leid ist die Lautstärke ein bisschen zu laut. Ich mache mal die Musik aus, weil es stört mich ja gerade ein bisschen sehr. So, wir machen eine neue Region und nennen sie Basel. Ich komme aus Basel und deshalb finde ich das einen guten Namen. Okay, habe ich schon. Nennen sie, nennen wir sie, die Region nennen wir Schweiz. Und wir haben drei große Gebiete, also die Large Gebiete. Dann haben wir hier, ja, relativ viele kleinere Gebiete und die ganz kleinen. Oder eigentlich unten links eher die kleinen Gebiete haben. Löschen und dann nochmals starten. Ja, in diesem Let's Play geht es darum, dass wir eine Stadt bauen, die vor allem schön aussieht, effizient, ja, je nachdem, oder? Es wäre schon schön, wenn sie geht, effizient. Abfragen, wenn schön ist, für reichere Leute ist und so. Je nachdem. Nennen sie noch Schweiz. Ich komme aus der Schweiz. Ist schon wieder nicht so gut. Machen wir noch mal kurz. Weil solche Sachen müssen halt stimmen, weil man ja auch ein bisschen vorplant. Ja, relativ gut hier, aber keine grossen. Äh, hallo, ich hatte doch eine gute Map. Stadt Basel. Ja, die ist aber auch nicht so gut. Schweins. Ja, sind grosse Gebiete auf dieser Map. Ja, nehmen wir einfach die. So, und ähm, ja, jetzt können wir noch ein bisschen dekorieren. Ich denke, ich werde mal ein bisschen einfach pflanzen. Hintun und Tiere. Na, da kann man sie später dann nicht mehr so platzieren. Also man macht sie wahrscheinlich immer weg, wenn man irgendwas baut und hat sie dann einfach nicht mehr in der Region. Oder so. Oh, schnell ein bisschen. So. Und dann noch ein paar Tiere. Die Tiere am besten. Aber die gehen sowieso weg. So, dann hätten wir eigentlich, glaube ich, alles. Dann nennen wir mal Basel. Und ähm, ja, zuerst einmal leicht. So. Dankeschön für das Video, ähm, anschauen. Was ich vor einiger Zeit gemacht habe, vor ungefähr drei Jahren. Und ähm, ähm, ja, schön, dass es euch so gefällt. Wahrscheinlich auch, weil es niemand mehr ähm, let's playt oder ein paar Videos drüber macht. Ist ja natürlich schon ein älteres Spiel. Ähm, 2000 oder so. Ungefähr um die, ja, um das Jahr 2000. Ja, äh, eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Machen wir das hier. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Weil wir brauchen eine relativ gute Verbindung. Ähm, zu den Mapsen, dann mache ich eigentlich immer so, relativ solche Kapseln. Schauen wir mal gleich. Ist relativ gut. Dann können wir gleich noch, äh, haben wir jetzt Sound? Eigentlich müsste ja Sound hören. Nichts, wenn die Musik jetzt wieder ein bisschen leiser ist. Also die weg ist. So, der nicht umgehen. Ha, die Bären. Cool. Also. Ja, Unbrotkäse-Software macht Probleme. Wie kein Spiel mehr. Automatisch mit den Tasten abspielen. Und ja, ist nicht so gut, natürlich. Äh, ich sollte gleich das Insti-Gebiet. Machen wir das mal am rechten Rand entlang. Ja, aber die Strasen, die gefallen mir nicht. So. So, habe ich jetzt keinen Sound im Spiel. Ich habe es ja lauter gemacht. Also wahrscheinlich hat man einfach keine Ding-Lautstärke. Ja. Und hier machen wir dann, ähm, Ding hin. Also, dann vergrössen wir noch die große Strasse. In die Richtung. Ja. Und machen aber hier eher etwas anderes. Und zwar, ähm, ja, eins, zwei, zwei, vier, sechs, acht. Zwei, vier, sechs, acht, zehn, zwölf. Ja. Ja. Ja, Vorplan ist natürlich relativ schwer. Aber ich möchte es eigentlich schon zu Beginn eigentlich recht gut machen. So. Dann sollten eigentlich drüben auch zwölf sein, also in die andere Richtung. Ich da in die. Dann haben wir schon mal etwas Gutes. Machen wir doch hier noch eine Busstation. Ja, noch nicht. Also. Machen wir das Gleiche auch hier. Sollte eigentlich relativ gut sein. Also es wurde mir empfohlen eigentlich so, ähm, sechs mal sechs Kapseln zu machen ständig. Aber das sieht sowas von schlecht aus. Eben nicht. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf, zwölf. So. Aber ich möchte natürlich auch etwas hören. Ich weiss jetzt nicht, was das Game gerade hat. Aber wahrscheinlich ist es wieder an meinem Headset. Könnt ihr mal kurz das Spiel nochmal neu starten. Aber es ist komisch, dass ich immer wieder Probleme habe mit dem Sound, weil es einfach mal kurz rausfliegt. Wenn mein Headset nicht so gut ist. Aber ja, das ist natürlich nun mal, dass ich da ein neues gekauft habe, hey. Ja, wurde abgelehnt. Oh, SMS-Code. Oh, das und das. Hört auf mit dieser Sicherheit, ihr blöden Shops. So viel Sicherheit müsst ihr gar nicht haben. Start doch bitte endlich. Naja. Aber gut, ich spiele halt eher ältere Spiele. Deshalb, ja, die machen halt einfach Probleme. Die wurden noch nicht so poliert, wie heutzutage die Games poliert werden. Ja, okay, auch nicht alle. Sollte eigentlich jetzt gehen mit dem Sound, sonst... Muss ich halt... Muss ich halt... Ich kann mal kurz schauen. Hallo? Ich hab wirklich keinen Sound. Das Game ist broken. Das Game läuft leider nicht mehr so gut scheinbar. Mit dem Sound und so. Ja, das sehe ich auch kaum. Okay, der Sound ist an, aber man hört gar keine Geräusche. Das ist komisch. Okay. Problem gefext und es ist auch nicht mehr so laut wie im Hauptmenü. Hauptmenü. Deshalb machen wir es an. Also wie kostet... Wie viel kostet Bushaltestellen pro Monat? Okay. So... So und... So und... So. Das sollte eigentlich gehen. Ähm... Ja. Ah ja. Das Wichtigste haben wir noch vergessen. Ja gut. Das Bessere. Okay. So und... Ja, die gehen knapp nicht rein, aber das ist egal. Wasser braucht die noch nicht. Aber was wir jetzt eigentlich machen ist, hier drüben natürlich weiter. Das ist ein Viereckarm. Also. Machen wir das gleiche. Weil man braucht auch inzwischen durch solche... Ähm... Ja, freien Plätze. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Gut. Also ich habe das Spiel natürlich extrem gesuchtet. Die Jahre verteilt sind im Erscheinen. Und ähm... Deshalb weiß ich schon wie man anfängt und so. Verbesserungsvorschläge natürlich gerne. Aber... Woher war es doch da? Mann, das Spiel hat irgendwie Probleme mit den... Ausrichtungen. Das ist halt noch nicht so komfortabel wie City Skylands. Das ist klar. Einfach nicht stören lassen, wenn ich da manchmal ein bisschen Probleme habe. Ja, ich schaue schon auf die Umweltverschmutzung. Das ist klar. Aber anfangs mit Windrädern... Aber ne. Ein Solar... Ähm... Ja. Ein Solar... Gehts. Nein! Ich habe nur losgelassen. Ich habe es nicht geklickt. Ja, eventuell sind die Straßen halt ein bisschen zu teuer. Wenn ich jetzt schon alles... Besser mache. Naja, eigentlich müsste ich ja hier auch die Straßen... Ja, die mache ich dann... Eins... Zwo... All drei mache ich große Strasse. So... Da wird schon gebaut. Sehr schön. Ach, ich liebe die zweite Grafik. Es hat alles ein bisschen mehr Details und so. Die Gebäude machen wirklich Spaß. Also... In City Skylands... Ich habe nur das Hauptspiel, nicht die Addons und so. Habe ich so das Gefühl, die... Die Gebäude werden eigentlich immer wieder ein bisschen wiederholt und sehen jetzt nicht so spannend aus in SimCity 4. Aber ich liebe nun mal SimCity 4. Ich bin mit dem eigentlich groß geworden. Und nicht mit den früheren Teilen oder den späteren Teilen. Es ist einfach das beste SimCity. Ja, ich mache nochmal kurz ein bisschen etwas an der Musik. Ja, es geht leider noch nicht. Ja, einfach ein anderes Lied bitte. Ist ja ein bisschen zu laut für mich. Also, bei eigentlichem Video wahrscheinlich nicht so. Sonst sage das bitte und ich mache im nächsten Video einfach ein bisschen leiser hier. Kann ich eigentlich machen. So. Dann stört es nur mehr. Dann halt einfach beim Reden. So, was wird gebraucht? Ich sehe es gerade. Ah, hier ist es. Wohnungen werden gebraucht. Dann machen wir als nächstes die Wohnungen. Das ist so cool mit diesen vielen Tieren. Ja, ja. Ich habe ein bisschen übertrieben. Das kann ich ganz gut. Ein wenig übertreiben. Macht das Leben viel Farben froh. Die brauche und die Tiere. so werden die genutzt naja noch nicht ganz so viel das ist einfach bei sims city so dass am anfang eigentlich kaum etwas los ist mit den verkehrsmitteln und so später die ganze zeit stau das haben sie nicht so gut gelöst aber was ich gut finde ist einfach dass die sachen leveln also die werden eigentlich besser mit der zeit so it-technologie bei den industrie vierteln ist ebenso die top motivation so richtig hightech ja das möchte ich alles eigentlich ersetzen alles andere mache ich in die anderen maps die saubauten die blöden teile hier zum beispiel ok es ist geschmutzung noch gering klar jetzt ist auch wieder kein sound kann musik doch so gut eingestellt ja ok leider nicht so gelöst gut gelöst gewesen da haben sie damals nicht so gut gelöst mit den sounds aber es sind jetzt gerade noch keine fahrzeuge herum machen die jetzt lernen heißt das eine wieso ich keine strassenlehrmann zu haben ich dachte die sind immer so laut gewesen eventuell liegt es einfach am launcher ich habe so einen speziellen launcher runtergeladen damit ich höhere auflösung habe und mehr einstellungen das ist der sim city 4 launcher und der hat eigentlich gar keine einstellungen bei audio das müsste eigentlich noch eingefügt werden schade gehe nicht 6 oder 8 kurs ok hier wird jetzt auch gebaut jetzt haben wir immer noch recht viele ja wir müssen mehr wohngebiete bauen ich werde mal zwei nebeneinander bauen also zwei hoch und hier werde ich eventuell die strassen ja ich kann es gar nicht ändern wenn hier gaskraftwerken weg ist mache ich einfach die industrieviertel ein bisschen anders aber wie steht es mit den finanzen ja natürlich lieber hier mal ein bisschen runter ja es reicht noch nicht 4 prozent genutzte energie also wir nehmen jetzt wieder geld ein wir haben zwar viel geld aber das geht schnell runter kann man wenn wir schnell bauen so du dr wu cloud bus das sind so neuerungen von rush shower also ein addon das ist schon vor 16 jahren oder so ja fast 20 jahren raus kam und ja wir machen jetzt mal die bürgerwehr dinge ein bisschen runter ähm wer ist er einfach mal schauen dass wir nicht queschen aber können wir das erreichen ah ok wir müssen da oben hin ja sagt mir doch jemand etwas das kleine symbol hier oben sieht man fast nicht ah nicht allzu in die gebäude rein also die bauplätze ah diese strassen nein bohlen achtung und jetzt da auch das hat sich schnell bewegt so und jetzt hupen ok jetzt haben wir ihn in sand auch wenn er ein bisschen laut ist für mich ja sicher ich darf nicht mal ankommen ich darf nicht mal an den polizeihautos ankommen ich bin warte warte nicht herum ja sicher hä wie kommt man das wieder weg über ist das ein bug das ist scheinbar ein bug ich bin gar nicht im baumodus so macht leider ein bisschen probleme das spiel entschuldigt mich ja und da tut man wieder mit den pfeiltasten ja jetzt ist oh mann was ist denn das für ein bug oder habe ich ihn gedrückt wie machen wir das jetzt wieder weg ich will nix bauen ja wie kommt man jetzt wieder in den baumodus ah hier ok jetzt ist es weg stimmt ja das spiel muss ich natürlich auch wieder kennenlernen ist klar also 66 ist eigentlich relativ gut man sieht leider nicht so gut die sachen ich habe da gerade noch einen bus aber leider gibt es gerade keinen bus also die bürgermeisterwertung findet man hier glaube ich also es ist eher hoch gegangen ist doch die mission ein bisschen runter ganz wenig naja was ich eigentlich machen will ist baustile alle jahre ändern machen wir auch alle auf einmal ich will jetzt einfach eher schauen dass wir viele gebäude sehen als irgendwie ändern werden wir dann später machen dass wir das so ein bisschen verändern so was wir jetzt auch brauchen ist einfach mehr kann man jetzt hier nicht keine keine verbindung machen wir das mal so ja komm so und hier auch mal und hier auch mal blau und dann hier grün Die kann man dann immer wieder löschen. Also ja, die Kurzwahltasten, also der W-Knopf und so darf ich nicht drücken. Ich muss mit den Pfeiltasten agieren, das muss ich noch ein bisschen lernen. Nachbarschaftshandeln und so müssen wir dann Wald machen. Also die Sachen, die ihr vorgeschlagen bekommt und ihr selber spielt, nicht immer annehmen und bauen. Die sind meistens einfach zu teuer. Die Straßen können halt nicht immer durchgehend bauen. Machen wir das so und die Straßen lassen wir noch und es ist immer noch zu wenig Energie. Ja, es wächst. Ist natürlich nicht so gut, wenn man viel Energie… Ach man, müssen wir jetzt extra Gebäude bauen, damit die Leute mehr werden. Ich hätte noch ein bisschen warten sollen. Ja, jetzt ist es natürlich zu viel. Okay, so Supports hat es leider noch nicht. Weil Cityscan ist für mich schon fast zu leicht. Und das Ding ist ein bisschen zu schwer. SimCity. Also ich weiss, dass SimCity eigentlich immer relativ knapp bemessen ist mit den Finanzen. Man hat eigentlich nicht immer so viele Auswahl. Man muss halt immer sparen. Also jetzt zum Beispiel ein Zoo zu bauen oder so. Geht halt extrem ins Geld. Ich weiss, dass ich die Zoo nie bauen konnte, immer wieder abgerissen habe. Und auch so diese Messezenten und so. Also können wir mal schauen, was es alles gibt. Also zum Beispiel, ja diese Wahrzeichen, die habe ich eigentlich nie gebaut. Nie. Sie bringen eigentlich auch kaum was. Und hier diese Sachen habe ich echt nur gebaut, wenn sie wenig monatliche Kosten haben. Wenn wir dann schauen. Also wir können sicher alles bauen irgendwann mal. Aber wir müssen halt immer sparen. Schauen wir mal. Okay. Webberater. Hildebrand. Okay. Ist das nicht ein Politiker gewesen? War der Hildebrand eher? Okay. Ja, wir haben schon zu viele Stadtstraßen gebaut. Jetzt müssen wir langsam ein bisschen schauen, dass wir weniger. Ja, es ist trotzdem viel Verkehr. Wir müssen das machen. Okay. Ja, 24 und 25. Ja, dann Dankeschön fürs Anschauen der ersten Folge. Es gibt halt noch ein paar Probleme. Wie zum Beispiel eben, dass ich da OBS nur manuell stellen kann und so. Und dass ich halt einfach... Ja, es geht ja, wenn ich sehe, ich habe es ja eigentlich gar nicht gesehen. Genau, stimmt. Das erste, was mit dem Fenstermodus geht. Oder dass ich Fensteraufnahmemodus habe. Und bei Bildschirmaufnahmemodus ist einfach das Problem, dass es bei anderen Games nur geht. Und der andere ist der Spielaufnahmemodus, der geht bei diesem Game gar nicht. Das ist ein Black Screen. Ja, weil es Monarchikosten gibt, ziehen wir noch nicht ein. Ja. Also dann, bis zur nächsten Folge. Dankeschön fürs Zusehen. Tschüss.